Am LIMMA-G unterhalb von Grossmünsten befindet sich der Teddys Souvenir-Shop. Nummer 1 mit dem grössten Angebot in der ganzen Stadt. Vom traditionellen Schwitzenmesser über Fahnen, Pins und Kleider findet ihr alles, was das Touristenherz begehrt. Für mich der Geschäftsführer Christian Brunker. Teddys Souvenir-Shop bietet weit das grösste Angebot in Zürich für Touristen. Das ist natürlich genau unsere Stärke. Wir haben eine grosse Auswahl. Wir haben wirklich alles, was das Touristenherz begehrt. Unsere Stärke ist auch, dass wir nicht nur auf Zürich fixiert sind, sondern natürlich auch Souvenir in der ganzen Schweiz haben. Was ist der meistgefragte Artikel? Natürlich immer noch Sackmesser, das Schweizer Sackmesser. Aber natürlich auch viele andere Sachen. Kleinigkeiten, nützliche Sachen nehmen die Kunden hauptsächlich. Sachen, die man auch brauchen kann und nicht mehr irgendwo auf die Wand gehängt werden. Das sind Schlüsselhänger, das sind Patches, um ein Flugzeug zu verkleben. Das sind Porzellansachen, die man auch wirklich brauchen kann. Was ist typisch schweizerisch? Nebst dem Sackmesser natürlich auch Kleider, Sennenkutteli, alles Sachen, die mit den Bergen, mit der Schweiz in Verbindung gebracht werden. Kuhglocken, wirklich einfach so die ursprünglichen, altertümlichen Sachen aus der Schweiz. Ob Glocken, T-Shirts, Kuckucksauren oder Postkarten, im Teddy Souvenir Shop findet ihr alles rund um die Schweiz. Und jemand Liebes zu Hause freut sich ganz bestimmt auf ein Mitbringsel aus der Weltstadt Zürich. Ihre City Guide, Karin Gehrig.